Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1317. Heute mit den folgenden Themen. Lara Croft, Ikea, Oppo, Ivory, Samsung und Huawei. Was ist mit dieser Lara Croft denn los? Ja, es gibt ein Spiel, aber nein, es gibt nicht eine neue Variante. Es gibt das Tomb Raider Reloaded. Wer also wieder mal Tomb Raider spielen möchte, eine sehr komische Version, also alte Version dieses Games, der kann das drüben bei Netflix. Da ist das nämlich jetzt im Netflix Gaming Abo mit drin. Genau, kann man machen. Ich schaue lieber Serien bei Netflix, als dass ich game. Habe ich das denn Ihnen schon mal gegamed? Vielleicht wäre es ja was für mich. Nee, ich glaube nicht. Ich bleibe dann bei Apple Arcade, würde ich mal behaupten. Und Microsoft, mein Forza Horizon, logischerweise. Und an der Rest der Zeit versuche ich mich mit bloggen und podcasten. Weiter geht es mit Ikea und der schon länger in den Gerüchten stehende Ikea Windstürker, den neuen Haussensor. Der ist jetzt offiziell bestätigt und offiziell angekündigt. Das ist eigentlich das gleiche Modell, was wir vorhin hatten, aber mit Display, mehr Sensoren und vor allem mit Matter-Unterstützung. Da freue ich mich drauf. Aber wir dürfen uns gedulden, denn es wird erst im April dieses Jahres dann soweit sein. Schade, schade, schade. Das geht noch ein Weilchen. Dann war heute der Tag der Tage da für Oppo. Denn die haben ihr neues, nicht Flaggschiff, sondern ihr erstes Club-Smartphone in die Schweiz gebracht. Das grosse kommt ja nicht, das Find N, sondern das Find N2 Flip. Das ist neu ab in den nächsten Tagen im Verkauf. Beginnt in der Schweiz bei 999 Währungseinheiten. Ich weiss, liebe deutsche Zuhörenden, ihr dürft da natürlich nicht davon profitieren, denn Oppo ist nach wie vor im Rechtsstreit mit Nokia. Aber es soll ja auch andere Wege geben, um an das Telefon zu kommen. Was ist speziell an diesem Telefon? Ja, ich würde mal sagen, das grosse Aussendisplay, das doch zumindest auch in der Form von einem Smartphone ist und somit deutlich besser bedienbar ist und womit dann auch viel mehr dargestellt wird. Was mir auch gefällt, wie schon bei der Huawei-Geschichte, dem Huawei P50 Pocket, dass, wenn du es zusammenklappst, es keinen Spalt mehr hat und dass du relativ bis fast gar keinen Falt mehr spürst in der Zwischendelle. Was speziell daran ist, ist, dass der Akku auf zwei Teile aufgeteilt ist. Speziell für dich nicht, aber speziell für mich als Technikinteressierten, der vor allem da bei diesen Geräten der Klappmechanismus und alles drum und dran so interessiert. Da ist nämlich der Akku auf eben, wie gesagt, zwei Stücke unterteilt, so, dass das nachher auch mit dem Klappen funktioniert. Und da hinten diese Schroffierung, alles in allem ein sehr, sehr schickes Gerät. Ich bin sehr gespannt, wie das im Schweizer Markt ankommen wird und vielleicht werde ich es mir dann in den nächsten Wochen auch mal ein bisschen genauer anschauen. Dann gibt es Neuigkeiten für alle da draussen, die sich auf Macedon eingeschossen haben und den Ivory, den ehemaligen, oder nicht, den Tabbots-App für Macedon, verschrieben haben. Da hatte ich ja auch letzte Woche mich überwundet, das Abo zu machen und dann gleich wieder gekündigt. Mehr dazu aber in der Geek Talk News-Episode dieser Woche, Ende der Woche dann. Da habe ich ein bisschen was, einen Aufreger, der mich ziemlich nervt. Aber was ist jetzt neu? Ja, neu in der App ist der Edit-Button. Und für ganz Mutige, die auch gerne mal eine Alpha-App nutzen, es gibt jetzt auch eine Desktop, also eine macOS-App, die man haben kann, um das Ganze zu nutzen. Und zu guter Letzt hat Samsung jetzt begonnen, mit dem One UI 5.1 auszurollen, auch für nicht die grossen neuen Geräte. Wer also nicht das neuste Samsung-Smartphone hat, der darf sich freuen, in den nächsten Wochen wird das S20, das S21, das S22, das Fold 4 und die Flips und die Fold 4 Flips, Flip Fold und so weiter, auch noch mit dem neuesten OS ausgestattet. Und später folgen dann auch ältere und einfachere Geräte, die günstigeren Geräte, die das bekommen. Ich habe dazu ein kleines Video gedreht, was da für neue Funktionen mit drin sind. Ich habe es auch ein bisschen, wie sagt man, flapsig das iOS-Update genannt. Wer wissen will, weshalb ich das so genannt habe, in den Shownotes wird morgen oder übermorgen bei der Episode dann der Link zum Video sein. Ich muss es zuerst noch schneiden, aber dann könnt ihr euch es anschauen, weshalb ich das so getauft habe. Das waren es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.